Ich lasse gerne mal aus dem Zettel. Alle Penis aus und alle Lichter an. Das sieht wunderschön aus. Das sieht wunderschön aus. Und ich frage euch, Leute, hatet ihr Spaß auf der Animatik 2023? Nur mit mir. Dankeschön, vielen Dank. Und eine Sache ist mir noch ganz, ganz wichtig. Ich habe ja gesagt, dass jeder Einzelne wirklich dafür sorgt von euch, dass die Animagic so ist, wie sie ist. Und ich schaue mir immer wieder gerne auch auf YouTube, auf Instagram, mir Sachen an, die ihr so postet. Und ich habe mir auch sehr viele Videoaufnahmen von dort oben gesehen. Das ist jetzt kein Aufruf dafür, dass ihr jetzt filmen sollt, weil eigentlich sagt man hier nicht filmen. Aber ich habe mir die Sachen angeschaut und es ist wahnsinnig schön, das von oben auch mal zu sehen. Mir ist aber aufgefallen, ihr bekommt dort oben gar nichts mit von den Lichtern. Und noch nicht machen, noch nicht machen. Aber als krankes Dankeschön, dass wirklich auch bis hin zur letzten Reihe alle am Start sind, alle immer mitsehen. Gleich, wenn ich euch sage, werden wir Folgendes machen. Hier unten, ihr alle, dreht euch gleich einmal mit dem Licht nach unten zurück, damit die Leute dort oben auf der Empore diesen Moment auch mit uns teilen können, weil ihr seid genauso Animagic-Familie. Und wenn ihr gleich die Lichter seht und etwas ankommt bei euch, dann möchte ich euch dort oben auf der Prohe hören. Drei, zwei, eins, bitte. Sehr gut. So, aber ich möchte jetzt die Lichter wieder sehen, jetzt möchte ich rumdrehen. Nein, ich hoffe ihr seid textsicher, weil nach drei Tagen rumschreien hier, weil ich denke ich immer so ein bisschen, meine Stimme ist am Limit. Ihr seid ready. Lebt deinen Traum, denn er wird wahr, in deine Lichter, dich der Gefahr. Alles was richtig ist, besuche, wenn ich seit dem Morgen bist da, bei einer Lichter, du bist bereit. noch nicht bald ist es soweit, wir werden bei dir sein, sei bereit. Du wirst noch viel erleben, du musst dich zum Testen stehen, es kommt der Tag, an dem du ganz niederreißt. mit dir, mit ihm und ich begleiten, der beste Freund an den Seiten, mit seinem Team, werden alle Abenteuer bestehen. Weil ich das nicht langt Rot aus운 Honey. ich Reihe, das ist ein Trick. Doch du bist nicht três subscriber. Makay! Wunderband, ich weiß nicht reportage, wir bleiben Freunde, was auch immer passiert. Du bist bereit, ja und ich, bald ist es so weit, wir werden bei dir sein, zeige weit. Wie sagt ihr die Familie? Wir sehen uns wieder am 2. bis zum 5. August 2024 zu Allemagic 2024. Vielen, vielen Dank, ich liebe euch, ihr seid die Besten, kommt gut nach Hause. Vielen Dank, ich liebe euch.